Die Anordnung zur Hausdurchsuchung, 104 Seiten. Es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls. Der ÖVP werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren, auch als Bundeskanzler. Ein Sittenbild des moralischen Verfalls, ein Sittenbild des Verfalls des Bürgerlichen an sich.